Musik Ich bin heute mit einem befreudeten Ehepaar unterwegs im Wald der Travers, im Kanton Neuenburg im Jura. Ich habe am Anfang vom Film den Ton abgeschaltet, da wir wieder sehr starke Windböen hatten. Ich hoffe auf euer Verständnis und wünsche gute Unterhaltung. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020